Hey Leute, was geht? Kan hier bei Spielbabs und Games und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und heute mit einem neuen Game-Mode, also für uns einem neuen Game-Mode, wir zocken heute Sky... Nein, jetzt hab ich's... Jetzt hab ich's... Jetzt hab ich's... Wir spielen heute Bad Wars im Solo-Modus, kann man wie Double, zu dritt oder auch zu viel spielen, glaube ich, im Team. Und es gibt eine kleine Ankündigung, wir werden zukünftig, bald in den nächsten Tagen hoffentlich, Nina übt momentan Minecraft und wir werden das zusammenzoggen und werden diese Modi hier zusammenzoggen und mal gucken, ob wir in einigen Wochen vielleicht auch mal zu vernünftigen Minecraft-Spielern werden, weil ich bin es immer noch nicht. So, dann wollen wir mal Minecraft im Solo-Modus, das Game has already started, please try again later. Warum? So, jetzt. Okay, Map-Crypt. So, und bei Bad Wars geht es ja einfach darum, sein Bett zu schützen, wenn ich richtig verstanden habe. Und dann kommen verschiedene Elemente runter, womit wir uns was kaufen können, also unsere Basis schützen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Mal gucken, ob ich hier Skywars überhaupt in irgendeiner Art und Weise schaffen werde. Äh, Bad Wars. Warum sag ich Skywars? Skywars gibt's, glaube ich, auch, aber das ist hier Bad Wars. Ja, protect your bed and destroy the enemy. So, das ist der Item-Shop, da kann ich mir verschiedene Sachen halt holen, ne? Aber dafür brauche ich auch ein bisschen was. Wo ist unser Bett? Wo ist denn unser Bett? Da. So, da sind die anderen, wenn ich das richtig sehe. Und wir müssen auch irgendwie da hinkommen, aber wie? Äh, so. Hier kommen die ganzen Sachen runter. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das hier alles... Ob das eine gute Taktik ist oder nicht. Vier Gold, ja, war ja klar. Gut. Gut. Dann bleibe ich erstmal hier. Wo mir, glaube ich, TNT... Oh Gott, nein! Was mache ich denn? Ich host! Muss ein bisschen vorsichtiger sein. So. Hier sind zwei Truhen, wo wir eventuell Inventar auch mitnehmen können. Was haben wir denn alles hier? Aber brauche ich eigentlich nicht. Spray-Cain. No, Spray-Cain can be used to... Oh Gott! Blue-Bed was destroyed? Nicht dein Ernst! Wir sind Aqua... Oh Gott! Wie schaffen die das so schnell? Ich glaube, ich sollte hier auch irgendwas um mein Bett bauen. Also ich glaube, der hier hat schon irgendwas um sein Bett gebaut, wenn ich das richtig sehe. Sollte ich vielleicht auch machen. Gibt es keine normalen Materialien, die ich mir holen kann? Blocks? Äh... Han-Clay? Ne, ich nehme... Das hier. Hallo? Ich wollte doch... Wie viel Gold brauche ich denn dafür? Vier, war ja klar. Haben wir hier Gold? Ja. So, äh... So, ich brauche ein bisschen was. So, ich brauche hier erstmal was um mein Bett drumherum. Oh Gott, ich brauche noch mehr. Nein! 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 Wie konntest du nur? Wie ist der hier hingekommen? Was? Nicht dein Ernst? So schnell? Wie ist der nur so schnell zu mir hingekommen? Check ich nicht. Oh Gott, warum war ich nicht so schlecht? Nächste Runde. Ich check es nicht. Warum war ich so schlecht? Ist das Problem... Ach, komm. Hör auf, Mensch. Wie kam er so schnell zu mir? Hat sich direkt da eine Rüstung geholt und alles drum und dran? Sollte ich da in diesem Ofen warten? Vielleicht, wo die ganzen Gold, Diamanten und alles so runterkommt? Gold, Eisenbarren und alles, was man halt zum Kaufen braucht? Ich habe keine Ahnung. Ich sollte es mal möglichst... Also, ich habe hier einen, heute... So Solo-Upgrades. Dafür brauche ich ja auch ein bisschen was. Ja, super. Was kann ich mir denn mit Eisen eigentlich holen? 40 Eisen. Ja, super. Brauche eigentlich... Ich brauche jetzt erstmal hier wieder was drumherum. So schnell. Ich habe das Gefühl, da kommt schon gleich wieder irgendwo einer. Ich gehe mal kurz nach... Kann ich hier mir einen Überblick verschaffen? Kann ich die Dinger abbauen? Wie kriegen die das so schnell hin? I don't get it. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar... Sie sind auf jeden Fall gut unterwegs. Ich sollte mir hier auch mal wieder was schnell bauen. So, ich brauche schnell ein paar Blocks. Okay. Jetzt sind echt gut dabei. So, äh... Kann ich mir hier was von... Was ist denn ein Stick? Komm her. Kommt her. Ich verteidige mich. Okay. Guck mal, der kommt hier. Weißt du, was ich mache? Ich weiß schon, was ich mache. Ich hole mir jetzt TNT. Nein. Komm ruhig. Nein! Ich hohe es. Ich hohe es. Ja, ich bin so rast. Mann. Das ist meine erste Runde wirklich bei Bad Bloss. Aber das seht ihr natürlich. Yes. Nein, wie? Er hat mein... Kann ich mein Bett hier nicht zurückholen? Also mein... Nein. Muss ich mir hier ein Bett hier neu... Warte mal. Muss ich mir Wolle holen? Ich hole mir schnell Wolle. Nein, nein, nein. Oh, verdammt! Nicht mit mir! Nein! Ich hätte mir mein Dings aufbauen sollen. Die sind echt nicht schlecht hier. Die bauen sich hier immer schön direkt was auf. Sollte ich vielleicht auch mal versuchen. Na ja, gut. Eine Runde zocken wir auf jeden Fall noch. Also ihr seht auf jeden Fall, wie schlecht ich bin. Gehen wir zurück in die Lobby. Macht aber mega viel Spaß. Also Bad Wars habe ich bisher noch gar nicht gezockt. Aber es macht mega viel Spaß. Halloween Speedway. Okay. Okay, anscheinend müssen wir hier unseren... Oh, ist das hier? Sieht ja cool aus. Sehr cool. So. Ich glaube, ich sollte mir möglichst schnell irgendwie ein Dings... Ist Wolle denn billiger? Habe ich eben gar nicht gesehen. So. Ich kann ja mal gucken. Ist Wolle wirklich tatsächlich nicht? Ja, vier Alben. Okay. Also wir haben das Bett hier. Das ist der nächste. Okay. Ist klar. Ein bisschen was. Dann können wir erstmal ein Schwert. Gibt es hier... Nein! Kann ich das verkaufen? Ich wollte keine Leiter. Mann. Die Horst. Guck mal über was die hier alles machen. Nicht dass einer gleich hierhin kommt. So. So. Weiß ich, ob das was bringt, aber gut. Kann ich mir dann hiermit nicht schon was bauen, irgendwie. Okay. 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 ich versuche mir hier mal meinen Weg zu meinem Gegner aufzubauen oder kommt da irgendjemand? nein nein obwohl ich werde doch respawn ich habe mein bett doch noch oder in derzeit kann ich mir nicht was neues sag mir nicht meine ganzen Wollblöcke sind jetzt weg ach man ich bin so ein Horst Mensch aber ich bin gleich da habe ich das Gefühl so schnell respawn weil mir ist noch keiner aber ich sollte mir vielleicht auch ein neues Schwert glaube ich dann mal direkt kaufen achso ein TNT sollte ich mir an meinem Bett wahrscheinlich nicht bauen kommt hier irgendjemand an der einen? nein jetzt mal so 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 Das war's. Wie? Haben die sich hier zusammengetan? Kann doch gleich sein. Da. Sieht's eigentlich hier bei mir aus. Kein Problem. Vielleicht krieg ich's hin, die hier mal zu schnappen. Oh Gott, nein! Aber ich bin gleich da. Wie krieg ich das überhaupt hin? Kann doch nicht sein. So, zum dritten. Wow! Ah, der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Sag jetzt nicht, der macht meinen ganzen Weg kaputt. Bitte nicht! Natürlich! Ah, der hat mich erwischt. Ah, der hat mich erwischt. Ach, der hat mich erwischt. komm her, dich mach ich fertig Freundchen, bau ruhig den Weg zu mir, komm, bau ruhig den Weg zu mir, nein, oh man, oh man, das wird gleich knapp, das wird richtig knapp, wenn er hier zu meinem Bett, wo bin ich denn, da, nein, da, komm her, komm her, oh man, ich weiß, ich bin so ein Horst, im Bett kannst du ja bei mir voll vergessen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, komm, komm, vielleicht erwischte ich ihn ja so, ey, mein Schwert ist auch voll schlecht, ja, der kommt gleich und mein Bett ist gleich weg, ja, bei dem Dings habe ich keine Chance, Leute, Badwars, noch eine Runde, ich übe zwischendurch, ja, ich übe, versprochen, übe zwischendurch, der ist tatsächlich weg, wie geht das? Das wird auf jeden Fall dauern, aber vielleicht kriege ich ihn trotzdem dazu, warte mal, von hier hinten, der sieht mich nicht, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, der hat das gar nicht gemerkt, dass ich bei ihm war, ja, kommt davon, wenn man sich mit irgendwelchen anderen zusammenschließt, was man eigentlich nicht machen sollte, Leute, was sagt ihr dazu, schreiben sie in den Kommentaren, ich würde gerne einen Doppel, ich würde gerne einen Doppel, ich hätte einen Doppel, ich hätte kein Problem, Badwars hier, also eine Runde werde ich auf jeden Fall nochmal zocken, definitiv, Jetzt ist er weg. Wartet, wartet. Hat er sein Bett mitgenommen? Ja, er hat sein Bett mitgenommen. Ja, dann gehen wir halt zum nächsten hier. Wo ist der Kollege denn? Der Wally ihr Bett mit... Ah, ist das irgendeine Taktik oder so? Warte mal, bevor wir uns jetzt hier verabschieden, ich mache jetzt hier auch nochmal eine Runde. Ist das etwa der Weg, wie man das machen kann? Hier einfach... das Bett mitzunehmen? Vielleicht sieht er mich nicht. Doch, er hat mich gesehen. Hä? Was ist das denn? Naja, Leute. Ich glaube, ich verabschiede mich langsam. Oh Gott. Ciao!